James, die Höhle, sie ist da drin. Ganz sicher? Ja, das ist das Zentrum des Netzwerks. Dann holen wir sie da raus. Nicht und niemand wird uns davon abhalten können. Richtig? Die seismischen Messwerte drehen hier völlig durch. Was für ein Teufel? Schieß einfach. Raketen unterwegs. Ja, wer hat sie? Kate, es kommt auf dich zu. Sie sind zurück. Raketen sind raus. Rundschüss. Raketen laufen. Gute Arbeit. Und jetzt weiter vorrücken. Jedi, da kommt her. Raketen unterwegs. Rundschüss. Hatschi! Rundschüss. Ausfall. Rundschüss. 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 Was ist das denn? Okay, also das, also das könnte uns gleich noch aushalten. Vielleicht hast du ein Rad für uns. Okay, ja. Zielt auf die Tantakel. Ich versuche es. JD, die Tantakel, halt voll draus. Tantakel erledigt. Das ist eure Chance. Reißt das verdammte Ding aus. Ja, dann mal los. Reißt das Tantakel ab, sobald es fest ist. Feuer. Ich schieße die Tantakel. Noch ein Tantakel weniger. Jetzt. Halt. Hör mich. Händ durch die Tantakel vor. Raketen sind raus. Junge, ohne Validation treffen wir das Ding. Das wusste ich nicht. Okay, Ben. Noch eins weniger. Feuer frei. Okay. Okay, jetzt haben wir eins. Tantakel weg. Reinketten bitte. Okay, noch eins weniger. Ja, langsam mal muss raus. Was geht hier? Tantakel. Raketen unterwegs. Da kommen sie. Okay, letztes Tentakel erledigt. Ja, letztes. Raketen abgefeuert. Wir haben es geschwächt, aber es lebt noch. Achtung, er schießt! Scheiße, Sam, da kommt was! Sind getroffen, und... Scheiße, wir schüssen ab! Gut, festhalten! Sam, Bill! Okay, okay, alle Mann raus da! Uns geht's gut, aber wir müssen uns hier um den Schwarm kümmern. Erledigt das Mist hier einfach! Hey, Burt! Wie steht's um den Raven? Der Hauptrotor läuft! Das hängt jetzt die Lübe! Wieso? Ich hab das so eine Idee. Hm, als Waffe benutzen. Yeah! Es gab noch mehr von den Diggern! J.D., nennst ihr das Wein vor! Achtung, er ist verschießt wieder da! Achtung, er ist verschießt wieder da! Oh, Mann! Wieso? Oh. Boab! Hahaha! Boab! Das ist noch mehr von den Gegnern. 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 Oh mein Gott. Du wusstest es? Das ist noch mehr von den Gegnern. Katie, schneid mich raus. Bitte. Raina, bitte. Jedi. Du darfst sie nicht... Lass mich Abschied nehmen. Ich wüsste nicht, wie ich da entscheiden würde. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Okay. Na, Wann! Na, Na! So, okay! Ihr letzter Wille ist geschehen. Es ist noch nicht vorbei. Also, bring sie in Sicherheit. Ich brauche keinen Babysitter. Ich weiß. Du brauchst Zeit. Vertrau mir. Ich kenne das. Sie wollte, dass du sie bekommst. Die. Die gehörte meiner Großmutter. Hab sie nie kennengelernt. Sie ist wunderschön. Ja, das war anscheinend Gears of A4. Ich weiß nicht, ob da noch eine Abgangmission oder so kommt. Ja, gibt es hier auch im Windows Store. Da könnt ihr es euch kaufen, wenn ihr das Alper spielen wollt. Und mit Freunden. Übrigens gibt es da auch noch eine Koop-Kampagne. Mal sehen, ob man das auch noch irgendwie auf 3 kriegt. Und ja, schönes Spiel. Und hier die Credits. Ich hoffe, jeder hat auch so viel Spaß wie ich. Beim Zocken hier gehe ich so farf hier. Ich sage schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Let's Play, Gameplay, was auch immer. Wir sehen uns hier auf dem Kanal bei mir. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.